Ja, nun, wissen Sie, es soll ja diese Fans geben, die sich für diese Europameisterschaft interessieren. Nun, das sei dem Pöbel zugestanden, er kann's ja auch nicht besser wissen. Aber was mich betrifft, für mich könnte die EM ausfallen. Die großen Spiele, sie sind alle gespielt. Wissen Sie, wer wie ich damals dabei war, 1942, als damals in der Ukraine der FC Start gegen die deutsche Flak-Elf mit 5 zu 3 gewonnen hat. Wissen Sie, das waren die großen Spiele, das berühmte Todesspiel. Der interessiert sich nicht dafür, wie, was und warum der ukrainische Trainer spielen lässt. Wie heißt der Knabe überhaupt? Egal. Frankreich, England, Portugal, Italien. Ich erwarte mir keinen wahren Erkenntnisgewinn von diesen Spielen. Wissen Sie, wer wie ich damals dabei war, als die berühmte Skipetan-Auswahl 1444 in diese epische Fußballschlacht angeführt, von jenem wunderbaren Spielführer Skanderbeck, in einen epischen Krieg, möchte ich fast sagen, gegen das Osmanische Reich gezogen ist. Der muss nicht wissen, wie Albanien spielt, wo doch dort sowieso nur Kicker beschäftigt sind, die eigentlich Schweizer sind. Nein, die großen Spiele sind gespielt. Ich werde mir natürlich trotzdem jedes Spiel bei dieser EM ansehen.